hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren folge der menschens wurde und mit dem herr gleich hier aus gilt nummer eins das letzte rumble match diesmal ja der herr sofort ist im hintergrund sofort gleich youtube gegen texas 26 und dann gehen wir gleich in das match rein und schauen mal was hier so masse ist also das ist wunderbar toll dass ich den da noch drin haben tue ich freue mich riesig dass ich den tollen der noch drin habe scheiße kann das ist kacke das kostet mich wertvolle punkte okay jetzt ist er schon mal weg das ist auch ich grüß krieg ich wieder nur support karten was soll denn das dale und hab den deltri nicht wunderbar intelligenter mensch und ist noch nicht so weit aber gut wenn das video hochgeladen wird dann wird dann ist es schon längst wiederum doch länger das ist ja jetzt ein video das ist ja das letzte von den rumbles das heißt da haben wir jetzt erst mal wieder ein paar videos so die heißen ja nicht alle die heißen ja nicht alle herr sofort so dann hätten wir keine abonnenten mehr das ist falsch so boom so man guckt das zweite runde was ist denn das die zweite runde nur support karten wollt ihr mich eigentlich verarschen was ist denn das toll jetzt kommt die dina super juchu jetzt kommt die dina ja super jetzt wo ich das match schon so gut wie verloren habe das freut mich natürlich riesig was sind das für eine scheiße toll das hilft mir jetzt auch sehr viel das hilft mir sehr viel ich muss erstmal hier runter krippeln weil sonst bin ich nämlich tot das würde ich so noch nicht sagen so jetzt krippel ich erstmal bei denen alles runter und kommen jetzt erstmals match wieder rein so und jetzt gewinne ich dieses match noch und das obwohl so eine scheiße hier gelaufen ist ehrlich war was soll das kann doch nicht wahr sein so übel das ist so übel du hast du eine macke toll dann schmeiße ich das spiel weg und macht keine werbung mehr dafür ja dann können sie sollen selber zu sehen wie sie an ihre spieler rankommen so ja das ist eine kampfansage ehrlich dass das nervt mich zwei matches in folge so miserabel abgeschnitten zwei matches in folge was soll das 36 tolle wurst also jetzt hier gegen boom wingman 2 jedes macht mir meine ganze statistik kaputt hier so ein mist das werden sie nicht tun weil sie mehr auf meiner seite sind ihr seid mehr auf meiner seite was du kannst du bist doch was weiß ich ach so also 95 cm das sind bei dir fünf zentimeter oh mein gott dann sollten wir mal über deine mathematischen fähigkeiten reden wenn das fünf zentimeter sind der herr sofort ist geschätzt zwei meter anderthalb meter von mir entfernt das sind bei einem fünf zentimeter ok ein richtiger mann macht das genau andersrum was der macht aus fünf zentimeter in 30 so verstehst in ein paar jahren so also dann haben wir hier lila marmelade testament einer hausfrau und jetzt kriege ich endlich mal die karten die ich haben will und dann funktioniert das ganze auch dann haben wir die 100 juhu was dann ich habe keins verloren nein nein selbst wenn die mir hier nur scheiße gerade vorgesetze haben zwei runden lang habe ich keins weil ich es noch mal weil ich es noch mal gerettet nein ich will keins verlieren ich habe ich will keins verlieren ich werde auch hoffentlich keins verlieren ich habe gesagt ich werde hoffentlich keins verlieren ich habe gesagt ich werde ganz so ein sexy tanz kam dann haben wir eine fahrtschule jimmy junior glatte 99 nein 15 üblich also dann haben wir hier kabal 1 kabal 1 fehler gemacht fehler gemacht fehler gemacht ja ja ist ja gut nein ich habe trotzdem fehler gemacht jetzt den first titel hätte den first titeln können ja man das ist so ärgerlich ehrlich mal dass ich den ich erzähle hier was von first tit und so weiter und dann denke ich nicht aber jetzt kriege jetzt kriege ich mich wieder geheilt dann habe ich trotzdem die 100 so 100 jawohl das ist halt das tolle am brot ja auch am rira rutscher lang was du verlierst du 1 verlierst du 1 so samatha nia samatha nia so dann haben wir hier den bobby und da unten das arturianische kung fu jetzt reicht es natürlich nicht sind nur 31 und christmas punch out 39 punch mit tina eine schlimme tina mit 41 insgesamt so 41 schaden 93 und jetzt haben wir zum beispiel den roger und den ira klopfte und er macht über 40 und dann ist die lila gleich weg marmelade 45 schaden jetzt könnte eigentlich das team schon weg skippen oh 51 was mit das nicht weg es gibt so jetzt ist es auf jeden fall jetzt kann nichts mehr passieren jetzt mache ich hier noch den fashion wrestling kann ich gleich weg skippen o wofür sowie so noch zwei sind übrig omm das war die andere mit dem einen typen da mit dem namen der hitler 2 es war aber war aber die andere so jetzt könnten wir eine tina zum heilen benutzen ich mache jetzt erst zum beispiel erst mal auf den eugene bilder manchmal hinten schon mal diese stoffing academy weg blocke dann heile ich müsste lieber halt sich selbst und ich heile den eugene welcher so und dann haben wir noch eine möglichkeit jetzt hier noch mal so jetzt kribbeln wir noch mal überall was runter jetzt ist der schon wieder geheilt und so jetzt sollte ich eigentlich mit fast mit der glatten 100 jahre ich komme in der 100 raus gegen speedy juchu pleiten pech und panne texas 26 texas 26 texas 26 das war diverse möglichkeiten gucke mal ob man mit der batteri die näher da was an oder das reicht aber nicht bei tachetina reicht in dem fall nicht weil die hier nur terrestrial cycling ist leider nur double fused aber mit dem roger kann ich das ganze dann auch wieder heilen ist natürlich eine dummy fight naja gut aber gucken wir mal also da alles damit kann ich mich auch vereinen als dass das das geht also jetzt machen wir es auch mit bisschen peter und dann spiele ich den prinzipien peter ja und damit habe ich das ding noch gerade so 95 gut gelaufen das ist die zweite runde war mega kacke erste runde war nicht gut und zweite runde war die zweite runde war noch bescheidener so dann schauen wir mal ganz kurz rein also sind ja noch 17 minuten zu spielen vielleicht kommt ja noch michael ich habe gedacht er ist bei uns so mera ok bei denen haben gekämpft 45 und bei uns gucken wir mal rein aktuell wenn man noch ein bisschen zeit kathleen wieder mit der sensationellen 1000 chris 88 990 bau und die 95 ab dem neuen siemenschen hat die 96 jesse junket a mimo robert krankos teglis restos war j style der pate ollie z geko moria to lares eat fresh food strommi die tronic the king kings rickis michael spider n sk manuel top dass casey remington hergleich sesfumaru brownie nerf gamer guy yo yo dennis grummelie big big barney apokalyptiker henni thomas cookie thomek ulrike k ich glaube da kommt bestimmt noch eine oder zwei so also wenn es euch gefallen hat dann lasst mal ein like da daumen hoch würden wir uns freuen abonniert den kanal falls es noch nicht getan haben sollte schreibt was in die kommentare und schade jetzt nicht mal wieder als animation so oder mit mir dem man gleich und dahinten dem man sofort ja rammel ist wieder rum und jetzt habt ihr erst mal genug videos gehabt vom ramble gucken wir mal was wir als nächstes machen also haut rein macht's gut bis dann und tschüss 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 Vielen Dank.